Ich begrüße Sie herzlichst bei der Firma Johann Schaden und möchte Sie auf einen kleinen Rundgang durch unseren Meisterbetrieb einladen. Das Unternehmen 1987 in Wien gegründet, übersiedelt die Johann Schaden GSMBH 1997 an ihren heutigen Standort in Schwächert-Rannersdorf. Kontinuierliches Wachstum und der damit verbundene steigende Bedarf an Räumen für Planung, Ausstellung und Produktion machen diesen Umzug notwendig. Unsere Leistungen für unsere Kunden. Wir bieten unseren Kunden bedarfsgerecht optimierte Lösungen zur optimalen Realisierung ihrer individuellen Entwürfe im Bereich Steinbauarbeiten für den Innen- und Aussenbereich. Darüber hinaus umfasst das Angebot unseres Unternehmens auch die Erstellung von Vorentwürfen sowie die gesamte technische Ausführungsplanung für die Innen- und Aussengestaltung eines Objekts sowie das Erstellen von Gutachten und Expertisen. Einen weiteren Schwerpunkt unserer Unternehmenstätigkeit bildet schliesslich das fachgerechte Restaurieren und Konservieren von historischen Gebäuden, Baudenkmälern und Skulpturen in enger Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und dem Bundesdenkmalamt. Die Fertigungshalle Der Arbeitsbereich und die Arbeitsbedingungen heutiger Steinmetze haben nur mehr wenig mit jenen Bildern gemeinsam, die man aus alten Büchern kennt. Wie heute die moderne Fertigungshalle der Johann SchadengesmbH betritt, begegnet Fachkräften, die mit viel Erfahrung und Geschick mit traditionellen Werkzeugen Steine in Kunstwerke verwandeln. Solche handgefertigten Werkstücke benötigt man bei der Restaurierung von Gebäuden oder Denkmälern. Andererseits hat aber auch die Hochtechnologie bei den Steinmetzen Einzug gehalten. Computergesteuerte CNC-Maschinen und der Einsatz von Waterjet-Technologie ermöglichen millimetergenaue Zu- und Ausschnitte, wie sie bei Stufen und Bodenbelägen im Innen- und Aussenbereich, in Bädern und bei Küchenarbeitsplatten benötigt werden. Höchste effiziente Filteranlagen gewährleisten, dass die Belastungen am Arbeitsplatz so gering wie möglich gehalten werden. Nur so ist es möglich, umwelt- und ressourcenschonend zu produzieren. Ein Bekenntnis, das für die Johann SchadengesmbH höchsten Stellenwert besitzt. Die Steingalerie Die Steingalerie ist neben der Werkstatt zweifellos das Herzstück des Unternehmens. In der hellen, großzügigen Halle präsentiert das Unternehmen seinen Kunden eine umfassende Auswahl unterschiedlichster Natursteine. Die ausgestellten Steine reichen dabei vom bekannten heimischen Granit bis zu außergewöhnlichen Exponaten aus ganz Europa und über See. Eine Besonderheit dieser Steingalerie ist, dass der Kunde seine Entscheidung nicht wie sonst üblich nach einem kleinen Musterplättchen oder einer Abbildung in einem Katalog trifft, sondern den gewünschten Stein als ganze Platte in Augenschein nehmen kann. Dadurch ist es möglich, sich vor Ort ein genaues Bild vom Stein seiner Wahl zu machen. Ich hoffe, Sie konnten sich von unserer Leistungsfähigkeit einen Eindruck verschaffen und es würde mich freuen, Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen.